ja hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play minecraft wir sind hier in unserer kleinen gartenzaun behausung und ist gerade dunkel geworden das heißt wir gehen mal kurz ins bett und machen wieder tag mal spawnen muss ich jetzt nichts haben guck mal level haben wir schon genug was wollte ich machen hier der auf läuft unten könnte ich gleich mal hier kommt so genau ein kohle die gleich mit ihr weil wenn ich das zeug noch mal rein haue wird zu refined iron und davon brauchen wir auch ein bisschen was jetzt 7 wo baue ich denn dann hier drüben wollte ich genau das heißt ich mache hier mal den weg aus genau immer die richtige stelle finden ich glaube ich würde das hier machen einfach hier genau das heißt unter der erde wird das erste kabel liegen hier ich habe so grob im plan wir haben noch ein bisschen was zu tun ein bisschen was zu schmelzen aber wir werden jetzt erstmal einen mace rate bauen und den daneben anschließend mit kupferkabeln da kann ich ja schon mal ich glaube da brauche ich noch ein paar mehr einmal kriegt man raus das ist gut ansonsten muss ich halt noch was ich möchte ich will jetzt erstmal so wenig wie möglich schmelzen weil ich ja dank des mace raters hier doch ganz gut zurechtkommen dann oder zurechtkommen werde so zack zack ich benötige das hier jetzt habe ich nicht aufgepasst was soll es ab hier bitteschön jetzt reicht glaube ich nun ja auch für zwei gut eines brauche ich davon noch dann brauche ich redstone mit rein dann hier zack zack 1 2 3 1 2 3 kann ich gleich mal eins von diesem refined iron verwenden habe ein elektronik circuit ja ich könnte jetzt mehrere bauen wir werden auf jeden mehr brauchen dann irgendwann aber jetzt noch nicht reicht eben doch nur eins mann so brauche ich noch was was der meter hinter einem plaster stein und das haben wir da ok das kriegt man hin wo haben wir denn die habe ich schon rausgenommen ne hier ok ok dankeschön den hier trennen ok wunderbar flupflup was war oben pflaster die die feuersteine nicht pflastersteine so zack ein mace ratter bauen wir gleich mal hin und zwar hier dann wird hier erst mal die generatoren war für die generatoren die generatoren die generatoren wird so viel mit generatoren geschrieben hallo da kann ich war habe ich mich verschieben hier ist jedenfalls generator ach so 10 10 brauche ich vier stück machen wir erst mal 14 li 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 10 habe ich doch sicher auch gehabt 1 2 3 4 nein brauche ich nicht habe ich da oben okay und ich brauche 2 hatte ich auch noch gehabt ja ich weiß ja das rezept habe ich noch im kopf von der e batterie dann brauchte ich drei drei teilen wieder ok nochmal halt 1 2 3 4 5 6 7 oder 1 2 3 4 5 6 7 8 wirst du was ihr arschgeleckt wir werden noch genug eisen finden und irgendwann selber produzieren ein bisschen kohle hier so rein da und ähm generator 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 und unten ein iron furnace ja siehste war doch gut das heißt nochmal 8 1 2 3 4 6 7 8 gleich noch hinten ja ich weiß hätte ich teilen können mache ich aber jetzt erst mal nicht schon seine gründe und ja genau erst mal einen normalen für das brauchen wir noch ja auch schon ist normal weil hier gibt es zwei möglichkeiten das ding eigentlich herzustellen als pflasterstein und da das hier ein bisschen sparsamer ist und pflasterstein genug haben bauen wir glatt machen den ofen dankeschön eisen hatten wir ja gar keins mehr hier müssen wir auf dieses jahr warten na komm na komm 7 herr für den eigenen für das reicht ja schon mal hopp 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 wunderbar so guck mal war das andere teil hat jetzt angefangen ich brauche 3 refined iron das heißt wenn ich jetzt hier wo ich mal zählen machen wir noch eins und dann haue ich einfach mal wechsle ich da einfach mal so noch eins komm her so zack und so bitteschön ich da eigentlich auch gehen müsste müsste auch fast aufgehen so bitteschön okay das wäre der generator dann denke ich na ja ewerterie iron furnace jawohl passt 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 ewerterie iron furnace die refined iron und dann irgendwann brauche ich noch eine badbox b a t b o x da haben wir ja auch bist scheiß sind dreck na gut dann machen wir das wahrscheinlich so dass wir den generator erst mal so betreiben den meserator müsste eigentlich aufgehen die hau eigen kohle rein und hau dann wirklich zum mäßigen das komplette zehn erz rein nehmen wir am besten noch das eisenerz und das kupfer mit genau die europa hier kunst noch die ist das machen ne wo ist es denn hier plapp 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 haben wir erst mal den den setze ich jetzt erstmal einfach hier oben drauf hat das eine bewandtnis noch nicht beziehungsweise hier und hier unten kommt dann oder hier kommt dann die badbox drauf hier unten kann ich dann muss ich dann wohl noch mal ein kabel schnitt setzen okay und die badbox mache ich quasi so dass der quasi erstens dort rein füllt und zweitens darauf aus raus kommt dann halt hier diese kabel halten natürlich nicht so viel wie sie sollten also sprich da kann ich nur kurze wege nehmen und halt auch noch schwacher strom und so weiter und so fort aber momentan für die für die erste produktion reicht das schon hier so bisschen koks haben wir hier ich weiß gar nicht wie viel wir da hinbekommen mit dem was da an dings vor ist ich probiere das einfach mal aus ich hab das noch gar nicht getestet 12 haben wir zwei rein und schauen mal wie weit wir da mit dem zeug kommen jetzt müsst ihr hier anfangen zu reden ja wunderbar das klappt da bin ich auch voll zufrieden könnte natürlich trotzdem sein hier guckt hier fühlt sich der speicher auf dass wir über produktion haben entsprechend nehme ich das erstmal raus könnte noch ein iron furnace bauen schauen wie geht der electric furnace damit sich das lohnt ja da brauchen wir dazu sind so gehört und ein iron furnace noch einen müsste ich dann erst mal besser reden aber vielleicht mache ich doch erst die bett box wir brauchen ein 234 und 6 7 8 ja das müsste reichen hier ja gut jetzt ist das teil voll das heißt wir verschwenden momentan ein bisschen energie aber wie gesagt das koks hat uns ja eigentlich aus einem kohle kommen ein koks raus insofern sieht man ja schon den unterschied denn jetzt alles guckt ich wollte schon gerade sagen na ja den man ja kann vier eu beziehungsweise auf zehn kilotonnen also auf 10 pro tonne 3,2 und 4,6 ein bisschen heißer und der kann halt 16 eu raushauen was schon ein bisschen mehr ist wie ich meine klub 8 die 8 kann ich ja schon mal mitnehmen und hier klub ja ich weiß ich verschwende jetzt vielleicht jetzt bisschen zeug bisschen aber das macht ja wächst und ihr seht ja wir bekommen hier zwei tin dust raus aus einem erz und aus diesem einen erz machen wir oder aus einem kind das machen wir wieder zwei tin oder ein tin das heißt wir verdoppeln effektiv unsere produktion das ist ja schon mal was wert auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen herrennen muss um da was vernünftig hinzubekommen damit ich ja nicht möglichst viel verschwender oder möglichst wenig besser gesagt ob ob kommt macht fertig gut 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 danke schön l mal einen lenen lachen und jetzt aber finden gute nacht da sind wir wieder da ich mal wieder hingeguckt da war es auch gleich da ist fertig Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie weit, wie lang, wo was verhüllt. Und deswegen machen wir das eben so. Aber ihr seht schon, sechs Stück haben wir schon verkugelt. Und das Ding ist noch nicht mal bei einem Viertel raus. Oder ein Viertel ist ungefähr raus. Ist schon was ganz anderes im Vergleich zu der Kohle, wo wir halt eben nur acht, in Anführungsstrichen, Brennvorgänge hinbekommen. So, Mesa Rater müsste die Energie alle sein. Sieht zumindest so aus. Ja, wird weniger. Macht aber nichts. Ich werde jetzt nicht extra nochmal auffüllen. Stattdessen werde ich jetzt wahrscheinlich mal einen kleinen Cut einlegen müssen, weil mein Schatz gerade anruft. Und die ruft normalerweise nicht an, weil sie weiß, dass ich aufnehme. Nur wenn es wichtig ist. Entsprechend sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, Entschuldigung, da bin ich wieder. Machen wir schon mal ganz knapp weiter hier. 16 Zinnen haben wir schon mal. Und das alles, wie gesagt, mit zwei Cooksteilen haben wir 16 Zinnen durchbekommen. Bis jetzt. Das brutzelt ja immer noch. Was schlecht ist, weil ich jetzt gerade nichts mehr zum Durchbrutzeln habe. Habe ich noch Sand irgendwo? Sand habe ich noch genug. Dann habe ich Sand wieder her. Ja. Bin ich gar nicht so. La 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 la. Hier, zap. Kannst du dir weiter brutzeln. Vielleicht hat es gelangt, dass du den Übertrag gehabt hast. Vielleicht auch nicht. 20 Stück haben wir. Jetzt brauche ich natürlich ein, zwei, wie viel hatte ich gesagt? Drei Stück, ne? Drei Stück für eine Bedbox. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Und ein, zwei. Eins, zwei. Die kann man nicht decken, deswegen so. Drei. So, okay. Dann brauchte ich Kupfer. Das weiß ich noch. Mal schauen, ob ich das Rezept noch im Kopf habe. Zweimal hier, zweimal da. Hop, 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 hop. Ne, war es nicht. Ja, wie war denn das dann gleich? Bedbox. Manu. Jetzt hört mal auf zu jaulen, Leute. Ich meine die Hunde. Ähm, Box da. Ach, nur oben. Alles klar. Okay. Sparen wir. Tropenholz, eine Bedbox. Wunderbare. Jetzt müsste ich nur noch wissen, ähm, war das jetzt Ausgang oder war das Eingang? Ich glaube, dass da war alles Eingang und der Rest Ausgang. Müssen wir jetzt mal gucken. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen, basteln. Habe ich Dreck mit? Ja, also Erde. Ein bisschen Dreck. Schadet nett. Ja, so nicht. Nicht. So. Mal noch eins tiefer. Hop, danke schön. Und die Bedbox. Weil, wie gesagt, hier unten, das sollte der Ausgang sein. Dadurch, dass der Furniss hier ja nachher hier transportiert, dürfte das eigentlich auch funktionieren. Nein, hat es nicht. Verdammt. Ich hätte wahrscheinlich noch eins tiefer machen sollen. Das heißt, das Ding hier, da dieser dämliche Punkt hätte zum Ausgang nach drüben gehen müssen. Mist, what damnit. Na gut, dann machen wir das anders. Ähm, wir brauchen... Augenblick, was brauchen wir denn? Ähm, Ringe. Da, so eine brauchen wir. Brauchen wir Bronzebarren. Und zwar ein Haufen. Ah, Mist. Und woraus kriegen wir Bronze gleich. Aus Bronze Dust. Und da Bronze Dust wird mit Pulverized Sin und Pulverized Copper. Ja, ganz toll. Äh. Na, warte mal, da können wir ja erstmal improvisieren. Wir haben ja noch zwei Kabel. Und schließen das halt mal improvisiert so hier an. So. Dass wenigstens in Anführungsstrichen der Strom verbraten wird. Zack, zack. Und dann kann ich jetzt hier... Zinnen haben wir noch drin. Copperhammer mit. Dann kann ich jetzt hier ein bisschen was reinhauen. Und ob das funktioniert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das baue ich nochmal schnell ab. Zack, zack, zack. Das kann man nämlich nicht mehr abbauen hier. Nur mit einer so einer Range. Und selbst dann kann es noch kaputt gehen. Deswegen, wie gesagt, ist das ein bisschen schlecht gerade. Aber wir machen es in der nächsten Folge. Bis denn. Tschuhu.